Die sind bewaffnet. Dieser Mann trägt eine Panker auf dem Rücken. Dann kommt es fast zum Showdown, die Chats belieben. Nach dem Treffen schreibt einer der Hamburger an einen Kumpel. Dicker, voilà Film heute. So ist mit Kartell am Tisch. Hast du schon mal gesehen, dass 20 Leute mit gezogenem Wasser auf Gesetze stehen und Rückschlägerei waren? Wollah, ich dachte, alles vorbei jetzt. Ich habe alle beruhigt, auf Englisch. Wie ist das? Hat es auf Englisch geklärt, jo? Bei der Wildenschießer Beide hat er ins Bein gekocht. Aber ein Wunder passiert nicht mehr. Danach läuft ein Wunscher-Tax. Arad hat ganze Familie auf Kopf gestellt. So ein Wichser. Die Urnselne hat zwei Magazine auf mich leer gemacht. Hat der ein Mütter gefickt. gat ist ja was. Unters für Anyway. Das ist mein Wunscher. Und das war Wunscher. Untertitelung des ZDF, 2020